Sag ich mal, wie viele Jahre sitzt man eigentlich für Vergewaltigung? Vergewaltigung? Äh, das Mindeststrafmaß sind auf jeden Fall 15 Monate. Das könnte man sich ja vielleicht noch überlegen. Okay, ja, wenn sie vergewaltigt werden, rufen sie am besten die Polizei an, wir sind dann sofort da. Ist das dann nicht zu spät, nachdem man den Stock schon im Arsch hat? Äh, ja, aber da kann er immer noch dafür in den Knast gehen, ne? Na gut. Dankeschön nochmal, Herr Officer. Gerne. Bis dann. Danke schön, sind wir noch. So, auf geht's. Du bist meinst, du Fick-Schlitter, jetzt komm her. Hä? Wird die echt nicht? Ja, was macht denn der da? Oh, der läuft nicht, Kollege. Jetzt ist doch davor, jetzt kann er einfach geradeaus wegfahren. Oh, nee, das ist der Einwanderer. Ach, sie ist schon. Alles. Ja, ja, fahren Sie weiter. Ich hab keinen vergewaltigt. Ja, wo ist denn Ihr Kollege? Äh, der ist weg. Den haben Sie nicht irgendwo verbuddelt. Nein. Jetzt treten Sie mal vom Fahrzeug zurück, das kleine. Jetzt fangen Sie mal da weg. So, einmal hier von der Straße runter. Fangen Sie mal hier rüber. So, ich spare auf. Brauche ich einen Anwalt? Wir sparen jetzt erstmal Klartext. Wo ist Ihr Kollege? Ich glaube, er ist bei der Goldmine weiter zu flippen. Ja, hier kommt doch gerade sicherlich erst vom Goldhainer. Dann ist er wohl nicht wieder an der Goldmine. Doch, doch. Er hat gerade sein Geld in der Tasche dabei. Ich geh'n einladen. Ja. Sie haben Geld dabei? Was? Das hat, das hat er gesagt. Er nimmt deinen Kopf, das ist ein Überfall. Wir sind gar keine Polizisten. Es ist ein Prank. Es ist ein Prank, Bro. Es ist ein Prank. Du, 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 es ist ein Prank. Er spricht Deutsch, ich bin Jude. Okay. Alles klar. Äh, wir gucken mal, ob Ihr Kollege an der Geldmine ist. Jetzt, ansonsten, ich hab' Ihre Personalien, dann setze ich in eine Verhandlung nach hinaus. Einverstanden. Geht nicht gut, Alter. Ja, ich seh's schon kommen. Ja, ich seh's schon kommen. Jetzt hab' ich abgedrückt. Für Dich. Ja, ihr fahrt alle wie Wurst. Ja, das ist wieder wie Eis. Ja, Alter. Nein! Ich tue es nicht! Doch, legst du mich ein! Guck! Guck! Der Fett! Warte, stopp! Guck! Warte, stopp! Guck! Ja, hat man immer aus der Tierer rauskelt! Stopp! Leute, Leute! Stopp! Leute, das ist wichtig. 330 Meter! Guck! 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 Und dann zieh ihn wieder neben! Was für zu? Lasst ihr den Fernseher jetzt hier mal! Ach Herr Monk. Ihr seid nicht dumm mit dem Person. Sag das dem Oberkommissar. Ja, das hat den Maus als Tira rausgeschafft. Das ist ein Safecode. Der dann Spont in Kavala. Boah, das ist mir zu doof. Adi, wir fahren vor. Tschüss. Ja, lass bloß die Waffe da liegen. Ja, super, vielen Dank! Jetzt noch mal! Kein Ding! Das Gesicht, weißt du, spritzt mir noch schön schön desig in die Fresse. Und dann... Ah, warte, lass ich auch liegen! Spuckst noch auf den Boden, weißt du? Jetzt... Schmeckt... 38.000, die lass ich mir schmecken. Ist das, ey! Fress mir doch einmal die Karre her, Alter! Bäm mit mir, Juh! Ich hab dir Feuerball in den Gesicht gegeben, Juh! Ich weine! Ich weine! Ah! Das ist das Bett, Alter! Es gibt Doofheit, muss man auch weinen, ey! Juh! Ey, ich hab überlebt, Toni, Alter! Dein Hank hat... Dein Hank wird nicht sterben! Außer du fährst wieder gegen den Mast! Ja, ich warte noch mal, bis hier das letzte Truck auch ausgebrannt ist! Nö! Das dauert mir zu lange! Ja, ja! Kann ich auch! Ich hab dir... 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 Ich hab dir...